Jo, das ist Teil 2 meiner kleinen Videoserie zur Turbo 3 Extension Content Blogs. Wenn du das erste Video nicht gesehen hast, dann würde ich dir dringend empfehlen, stopp jetzt das Video oder pausier das Video, schau dir erst das erste Video an, das verlinke ich dir in der Videobeschreibung und ich versuche auch so eine Infobox da oben, hier oben glaube ich, einzublenden, weil da erkläre ich die Grundlagen, erzähle ein bisschen was über die Extension, was ist das überhaupt, was wird das werden in Zukunft und dort werde ich auch ein eigenes kleines Contentelement anlegen. Das sind also die Grundlagen, die du brauchst, bevor du dieses Video jetzt schaust. Schau dir jetzt also das erste Video an, wenn du es schon gesehen hast, dann weißt du, um was es geht und wir sehen uns in beiden Fällen jetzt gleich nach dem Intro wieder. Gut, im ersten Video hatte ich gezeigt, ich gehe direkt mal auf meinen Bildschirm, wie wir mit der Extension Content Blocks, die du hier ganz normal installieren kannst, so ein kleines Card-Element hier erstellen. Ich habe jetzt da einfach ein simples Beispiel genutzt, um so ein Element zu erstellen. Das sieht im Frontend dann auch so aus. Wir können hier ein Bild hinzufügen, Titel, RTE-Fliestext und einen Button generieren. Und wie gesagt, wenn du das erste Video nicht gesehen hast, schau dir das bitte unbedingt an, weil es gibt da ein paar coole Tricks, die man da nutzen kann, ein paar coole Funktionen für Content-Elemente. In diesem Video möchte ich jetzt ein anderes Beispiel zeigen, denn wenn wir nochmal in die Dokumentation gehen, wir haben hier die YAML-Referenz, dann gibt es ja hier so ein paar Field-Types wie Collection oder auch Folder, die ganz interessant sind und mit denen man sehr coole Sachen machen kann im Prinzip. Und ich möchte jetzt mal für dieses Video ein anderes Beispiel zeigen und zwar möchte ich, wenn wir mal im Bootstrap-Cosmos hier bleiben, ein Karussell erstellen. Das ist wie so ein Slider hier, ein simples Beispiel hier oben. Es gibt auch noch viele andere Darstellungsarten, aber ich möchte mich mal auf das erste hier beschränken und möchte das mal als Beispiel nehmen, wie ich mit solchen Collections arbeiten kann oder auch mit diesem Folder-Typ. Ich würde jetzt so vorgehen, ich gehe hier mal in meinen Editor und würde das Element jetzt wieder erstellen mit dem Kommando ddev-typo3-make-content-block, würde dann wieder sagen, Content-Element, muss mein Vendor-Name angeben, den Content-Block-Name würde ich jetzt Karussell nennen und bei mir knallt das jetzt schon, weil das habe ich schon gemacht. Du müsstest diesen Befehl jetzt einfach durchgehen, wirst dann noch nach deiner Extension gefragt, wo du das speichern willst. Du brauchst also eine eigene Extension, ein Site-Package, was auch immer, wo du die Konfiguration speicherst. Bei mir ist das jetzt hier der Fall. Ich habe hier mein Site-Package, das nennt sich VT12 und hier wurde ein unterverzeichnendes Content-Blocks dann angelegt mit dem unterverzeichnendes Content-Element und hier sind meine Content-Elemente. Das ist das Card-Element aus dem ersten Video und neu angelegt wurde jetzt das Karussell-Element. Ich werde jetzt nicht auf die Struktur hier eingehen, der Verzeignisse, die wir hier sehen, weil das habe ich im ersten Video erklärt. Wie gesagt, schau dir das an, wenn du das noch nicht gesehen hast. Ich möchte jetzt eben so ein Element aufbauen und ich habe das mal jetzt hier schon vorbereitet und wir gehen das mal ganz kurz durch. Ich habe mich jetzt hier wieder auf das Wesentliche beschränkt und habe das nicht sonderlich ausgeschmückt. Ich habe auch ein paar Sachen einfach weggelassen, so Label-Geschichten und so. Das ganze Ding heißt auf jeden Fall jetzt hier Karussell. Hier könnte ich natürlich noch einen besseren Namen hinterlegen, auch eine bessere Beschreibung, ganz klar. Aber wir konzentrieren uns mal auf das Wichtige, auf die Felder. Ich habe hier wieder ein Header-Feld. Das ist immer so der interne Identifier, ob man das dann im Frontend ausgibt oder nicht. Hat man dann selber natürlich über das Frontend-Template in der Hand. Aber hier habe ich jetzt etwas aufgebaut und zwar habe ich jetzt hier die Möglichkeit, einen Ordner zu bestimmen, der dann ausgelesen wird. Das ist also dieser Type-Folder. Wir sehen nachher gleich im Backend, wie sie das verhält. Oder ich habe jetzt hier eine Collection genutzt. Mit einer Collection kann ich weitere Felder definieren, wo ich eine dynamische Anzahl dieser Felder hinzufügen kann. Wenn du schon mal mit Mask gearbeitet hast, kennst du das vielleicht. Da heißt das auch Collection. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Wo du eben eine dynamische Anzahl von Elementen hinzufügst, die dann im Frontend als Akkordeon, als Slider, als was auch immer, als dynamisches Element quasi ausgegeben werden. Und genau das können wir hier mit der Collection machen. Wir vergeben einen Identifier für diese Collection. Habe ich jetzt mal hier Karussell genannt. Und innerhalb dieser Collection können wir dann weitere Felder definieren. Das bezieht sich jetzt also auf das Innere der Collection. In meinem Beispiel ist das nur ein Feld hier, also ein Bildfeld. Image oder beziehungsweise Dateityp. Ein Dateityp vom Typ Image. Das könnten aber auch mehrere sein. Das können beliebig viele im Prinzip sein. Genauso die Struktur wie hier kann ich dann hier innerhalb einer Collection auch weiterführen. Was ich dann bei einer Collection noch definieren kann, ist das sogenannte Label Field. Das sehen wir nachher gleich im Backend dann, wie sich das verhält. Und wie viele Items maximal zum Beispiel hinzugefügt werden können. Das kann man begrenzen, das muss man nicht. Ich kann auch hier mit Min Items und Max Items arbeiten. Genauso wie ich es hier gemacht habe. Ich möchte halt hier innerhalb von einem Bildfeld sozusagen nur ein Bild gestatten. Aber es muss dann auch eins ausgewählt werden. Min Items 1 heißt, ich muss dann ein Bild hier auswählen. Sehen wir nachher gleich. Gut, wie sieht das jetzt im Backend aus? Ich habe jetzt hier schon diese Befehle zum Cache löschen und Datenbank-Update schon gemacht. Aber ich kann es trotzdem mal ganz kurz zeigen. Diese Befehle werden auch dir durch die Content-Blox-Extension vorgeschlagen, wenn du ein Content-Element anlegst. Das sorgt einfach dafür, dass der System-Cache gelöscht wird und hier quasi ein Database-Update auch gemacht wird, falls neue Felder hinzukommen. Du kannst ja existierende Felder weiterverwenden oder neue Datenbank-Felder auch anlegen. Gut, ich gehe mal direkt ins Backend und werde jetzt mal hier ein neues Element anlegen. Das sollte jetzt schon funktionieren. Da haben wir das auch schon. Das ist mein Karussell-Element. Und das sieht jetzt so aus. Ich kann hier also ein Label vergeben und habe jetzt hier die Wahl, ja, entweder einen oder mehrere Ordner zu bestimmen oder manuell Items hier hinzuzufügen. Wir werden mal das Manuelle jetzt hier machen. Ich kann also hier sagen Create. Dann kann ich ein Bild hinzufügen. Ich kann das dann auswählen. Ich kann das hier auch zusammenklappen. Noch eins auswählen. Ich werde es mal bei zwei belassen und speichere das Ganze mal ab. Wenn du da eine Fehlermeldung kriegst, kann sein, dass du nochmal trotzdem manuell die Caches leeren musst. Das habe ich ein paar Mal schon gehabt, obwohl ich über die Shell den System-Cache gelöscht habe, musste ich auch hier nochmal auf Flush All Caches ab und zu klicken. Ja, warum, weiß ich nicht. Ist halt so. Wir gucken mal, was jetzt schon im Frontend rauskommt. Tatsächlich sollte das funktionieren, weil ich das Template schon vorbereitet habe, aber das zeige ich dir gleich. Ich gehe also mal auf View. Und jetzt habe ich hier meinen Slider beziehungsweise meinen Karussell-Element. Siehst du, das Bild wird jetzt hier auch gecropped, also abgeschnitten, aber das sehen wir nachher gleich, warum. Mein Card-Element klebt jetzt hier so ein bisschen unten dran. Das werde ich mal kurz deaktivieren beziehungsweise hier den Zweispalter. Das brauchen wir im Moment nicht. Und wir konzentrieren uns mal auf dieses Element hier. Okay, warum funktioniert das jetzt schon? Ich habe natürlich auch das Frontend-Template schon vorbereitet. Und das ist hier unter Source die Datei frontend.html. Was hier oben zu sehen ist und warum, das erkläre ich auch in Video 1. Schau das bitte an. Ich gehe jetzt hier nur auf das ein, was ich hier tatsächlich gemacht habe. Und zwar habe ich jetzt einfach die Struktur nachgebaut, die Bootstrap hier vorschlägt. Mit diesem ID-Karussell-Example. Jetzt hat er mir wieder zu weit gescrollt. Sorry. Hier. Und dann die einzelnen Elemente. Und diese, wieso scrollt der immer, wenn ich hier klicke? Sorry, irgendwas ist hier gerade sehr seltsam. Diese einzelnen Button-Elemente hier, das sind einfach diese Pfeile zum Steuern hier. Das ist also die simpelste Variante. Das habe ich hier einfach nachgebaut. Hier unten sind dann die Pfeile. Du kannst natürlich auch solche Texte, die wir hier sehen, lokalisieren. Du kannst hier ganz normal mit LLL arbeiten, also dem Translate View Helper. Das Ganze aus einer Sprachdatei ziehen, die ja die Content-Blocks auch schon anlegt. hier unten. Das können wir auch nutzen. So, was mache ich also hier? Ich baue das hier auf. Ich könnte natürlich auch hier, das sehe ich jetzt gerade, das noch ändern. Und zwar würde ich hier über Data UID natürlich die ID des Content-Elements übergeben. Das macht mehr Sinn, als hier eine feste ID zu vergeben, denn du kannst da vielleicht das Element mehrfach auf einer Seite auch verwenden wollen. So, ich frage jetzt hier erstmal ab, Data.carousel, Was ist hier drin? Da sind tatsächlich die Bilder, die ich angelegt habe im Backend. Das sehen wir hier, wenn wir nochmal reingehen. Das sehen wir zum einen hier. Ja, das sind die einzelnen Bilder und ich sehe es natürlich auch in der YAML-Definition. Moment, ich muss hier mal kurz öffnen. Hier, ich habe das ja Carousel genannt. Das ist dieser Identifier. Das ist also tatsächlich was in der Datenbank auch und über Data.carousel kann ich das abfragen. Wenn da was drin ist, dann gehe ich einfach in einer ForEach-Schleife alle Elemente durch, übergebe die als Variable Item an das Innere der Schleife und baue dann hier einfach den entsprechenden Code auf, den ich für dieses Carousel-Element brauche. Da habe ich mich einfach an der Vorgabe orientiert, was ich noch ergänzt habe, dass ich hier eine Breite und Höhe definiert habe, mit der Angabe, das Ganze zu croppen, da ich eben hier verschiedene Bilder habe, die verschiedene Größen haben in meinem Beispiel, aber ich möchte natürlich die alle in gleichen Maßen ausgeben. Ist jetzt nicht perfekt optimiert, ist auch nicht responsive richtig und berücksichtigt keine Crop Variants hier. Das ist nur ein simples Beispiel, wie man es aufbauen kann, als Grundlage sozusagen. So, das ist also das Erste. Ich frage das hier ab. Wenn da was drin ist, wird das genutzt. Wenn nicht, alternativ, dann wird eben der Folder hier genutzt. Auch das könnte man natürlich noch optimieren. Aber wenn ich keine manuellen Bilder definiere, dann wird eben der Folder ausgelesen und dann ist der Aufbau hier der gleiche. Ich gehe einfach alle Elemente durch und dann wird das als Slider ausgegeben. Und das war es im Prinzip schon. Über Data, wie gesagt, kommst du an alle Werte des Content-Elements ran, des Content-Blocks und kannst die in deinem Template irgendwie verwurschteln. Was wir hier sehen mit diesem Asset und so weiter, erzähle ich auch was in Video 1 drüber beziehungsweise ich kann immer nur empfehlen, liest dir die Dokumentation durch. Da ist alles wirklich sehr gut erklärt. Gut, wir gehen aber mal zu der Variante mit dem Folder. Ich lösche dazu mal meine manuell hinzugefügten Bilder hier und kann jetzt hier alternativ einfach einen Ordner auswählen. Ich habe jetzt hier einen Ordner Bilder. Da müssten eigentlich ein paar Bilder drin sein, theoretisch. Das zeigte man jetzt hier aber nicht an, aber da müssten die Bilder drin sein. Link to Bilder. Du kannst auch mehrere hinzufügen, wie man es gewohnt ist im Prinzip. Und wenn ich das jetzt speichere und mir anzeigen lasse, dann dauert es jetzt ein bisschen, weil jetzt liest er erstmal die Bilder aus und jetzt hatte ich hier, ja, aber irgendwie funktioniert das leider nicht. Ah, ich glaube, ich habe, ich weiß warum, ich habe hier die ID verändert. Ich muss natürlich hier unten in dem Fall auch hier das Target ändern. Sonst funktioniert das nicht. Ich glaube, das müsste so ausreichen. Speichern. Mal neu laden. Ja. Und jetzt hat er mir tatsächlich alle Bilder aus dem Ordner einfach ausgelesen. Und ich kann jetzt hier so durchsliden. Das sind natürlich jetzt nicht alle perfekt vom Bildausschnitt her, aber es geht ja nur ums Prinzip. Seiten Quelltext können wir uns auch mal anschauen. Wir haben hier genau mein Karussell-Element mit der ID 87 in dem Fall. Karussell-Inner. Und hier sind die ganzen Items. Ja, das sind die einzelnen Bilder. Können wir uns das mal anschauen. Da wird hier einfach das Bild ausgelesen. Genau. Und zwar in der entsprechenden Größe auch, die ich hier definiert habe. Also, so weit, so gut. Das funktioniert. Ja, ist auch ein kleines Beispiel, was man da machen kann, ohne viel Aufwand so ein Slider-Element zu erstellen. Wobei, Vor- und Nachteile von Slidern brauchen wir jetzt nicht diskutieren, glaube ich. Da gibt es geteilte Meinungen. Aber ist nur ein Beispiel, wie sowas funktionieren kann. Ist nicht perfekt vom Code her, aber kann eine gute Basis sein. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt hier einfach die Collection genutzt. Lieste das mal durch, was man da machen kann. Ich habe jetzt hier nicht alles genutzt, was man da machen kann. Du siehst, hier geht noch sehr viel mehr. Man kann hier auch über Foreign Table zum Beispiel auf andere Datenbankfelder, Tabellen zugreifen. Ja, da kann man sehr viel mehr machen noch. Auch in Kombination mit dem Record-Types hier kann man da sehr flexibel solche Slider-Elemente aufbauen für bestimmte Anwendungsfälle, sage ich mal. Ja, also das kratzt alles nur so ein bisschen in der Oberfläche, was ich jetzt hier gezeigt habe in diesem und auch dem vorhergehenden Video. Ja, das zur Content-Blocks. Wie gesagt, das wird in TYPO3.13 irgendwann Standard sein, wird eine Core-Extension sein. Irgendwann kommt dann auch noch eine grafische Benutzeroberfläche, dass man eben die Content-Elemente nicht mehr zwingend auf der Dateiebene anlegen und bearbeiten muss, was natürlich auch gewisse Vorteile hat. Also das geht doch recht schnell. Wenn man sich da mal ein bisschen reingearbeitet hat, hätte ich da jetzt überhaupt kein Problem damit, wenn es da keine grafische Oberfläche gäbe. Aber ich sage mal, viele Leute nutzen natürlich lieber eine grafische Oberfläche. Zähle ich mich im Prinzip auch dazu. Ich habe jetzt kein Problem damit, wenn es das nicht gibt. Aber wenn die irgendwann kommt, dann sage ich auch nicht Nein und werde die natürlich dann auch nutzen. Trotzdem werden wir natürlich weiter die Möglichkeit haben, direkt im Code auch die Elemente zu bearbeiten, zu verändern, anzupassen, zu ergänzen, was auch immer. Ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen was aus diesen beiden Videos mitnehmen können. Ich erwähne es nochmal, wenn du das erste Video nicht gesehen hast, ich versuche es nochmal hier zu verlinken oder unten in der Videobeschreibung. Schau dir zuerst das erste Video an. Da erzähle ich noch ein bisschen mehr von den Grundlagen, gehe mehr auf Details ein, jetzt in diesem Video. Das ist jetzt quasi nur eine Ergänzung zum ersten Video. Das wollte ich eigentlich schon im ersten Video zeigen, aber das war schon sehr lang. Deswegen habe ich mich dann spontan entschlossen, das als separates zweites Video auszulagern. Ja, und irgendwann wird dann die Content-Blogs-Extension natürlich zur Core-Extension. Das ist klar jetzt im Verlauf der Entwicklung von TYPO3.13. Wenn dann Version 13 im Oktober rauskommt, dann wird die Content-Blogs schon mit drin sein, standardmäßig. Und das werde ich dann natürlich auch in meinem neuen Videokurs berücksichtigen und da auch nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Wenn du an dem Videokurs interessiert bist, ich verlinke dir auch unten beim Video einen Link auf eine Warteliste. Da kannst du dich schon mal eintragen, falls du Interesse an dem Kurs hast. Das ist unverbindlich natürlich. Der wird Ende des Jahres, Anfang kommenden Jahres dann erscheinen, wenn eben TYPO3.13 auch draußen ist. Und da werde ich auch nochmal sehr detailliert auf alle Neuerungen in Version 13 dann eingehen. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch, Kanal abonnieren. Du kennst die ganzen Sprüche und dann sehen wir uns in der Zukunft. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020